Herzlich willkommen im Herzstück des Hangar 7, die Icarusküche. Das ist die Küche. Das ist hier unser Vorspeisbereich, der Garnmanger. Wir putzen gerade die Mamebohnen. Hier sind unsere Küchenchefs, hier der Tommy Edadananitsch, der Martin Ebert. Zwei Säulen der Küche, ganz wichtige Leute. Die nächste Reihe ist unser Poissonnier. Hier wird gerade Thunfisch vorbereiten. Gelbflosse Makrel. Beste Qualität, das macht Spaß. Die nächste Reihe ist unser Saucier. Ein Fleisch, Jus, Soßenbereich. Hier wird gerade Rinderfilet geputzt. Da werden Gemüse geschnitten für die Ansätze von den Jus. Die Wärmebrücke, wo das Essen fertiggestellt wird. Und hier kommen wir zu dem süßen Abschluss. Ein Teil von der Patisserie. Hier wird gerade ein Sticky-Reis zubereitet. Und hier kann man ruhig weiter die Bohnen schälen. Und das ist unser wunderschönes Restaurant. Zeitgemäß modern. Hier die zwei Säulen vom Restaurant. Herr Matthias Berger, unser Servicechef. Und an seiner Seite der Florian Kepinger, unser Restaurantleiter. Zwei Säulen. Zwei langjährige Mitarbeiter. Zwei Freunde. Zwei Ansprechpartner. Und alle zusammen, gemeinsam, sind wir das Icarus.